Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Fall habe ich mal wieder zwei Spezialfälle dabei. Wir werden uns mal ganz genau einschauen, was passiert. Und zwar werde ich das erste Gleichungssystem lösen, ja, die ersten Schritte lasse ich aber aus und dann kommt irgendwann raus, 3 ist gleich 4. Und das andere Gleichungssystem möchte ich lösen und es steht dran am Schluss, 3 ist gleich 3. Moment, eigentlich war doch immer daran gestanden, x ist gleich 2 und dann kann ich das y brennen oder andersherum. Warum, wieso steht jetzt hier 3 ist gleich 4 oder 3 ist gleich 3 und was hat das zu bedeuten? Genau genommen wisst ihr es schon, aber ich werde es euch jetzt nochmal zeigen. Wenn wir uns den Schritt davor nochmal ein bisschen genauer anschauen, also klar, ich habe die Äquivalenzumformung hier weggelassen und gleich die Gleichsetzung gemacht, dann sieht man nämlich, dass hier minus 2x plus 3 steht und hier minus 2x plus 4. Das heißt, wenn ich jetzt auf beiden Seiten plus 2x rechne, dann fällt es eben raus, dann bleibt hier links stehen 3 und rechts 4. Und woher kam das? Naja, wenn ich mir die Gleichung hier oben anschaue, dann muss ich doch nur das plus 2x auf die andere Seite bringen und dann steht hier dran minus 2x plus 4. Und das ist doch die identische Steigung. Und wisst ihr noch, was die identische Steigung bedeutet? Ja klar, dass die parallel sind, wenn sie einen unterschiedlichen Achsenabschnitt haben. Und das ist hier der Fall. Wir haben hier unterschiedliche Achsenabschnitte, aber die gleiche Steigung. Und dementsprechend kommt 3 ist gleich 4 raus. Und wenn sie es parallel sind, also dieselbe Steigung haben, dann bedeutet es doch keine Lösung. Hier ist es der gleiche Fall, da werden wir uns gleich drum kümmern. Aber hier ist es erstmal keine Lösung. 3 ist gleich 4, ist nicht lösbar. Und dementsprechend ist die Lösungsmenge die leere Menge. 3 ist gleich 4, ist also keine falsche Aussage, sondern nur in dem Fall finde ich eben kein x ist gleich. Hier drüben ist es anders. Hier 0,5x plus 3 ist gleich 0,5x plus 3. Wenn ich da wieder das 0,5x auf beiden Seiten wegnehme, steht 3 ist gleich 3 dran. Und wenn ich das eben schon sehe, wie das aufgelöst ist, nein, das ist doch identisch. Also wir haben hier oben quasi, wenn wir das umformen, identische Gleichungen. 1 ist genauso wie 2. Und dementsprechend gibt es hier, das wisst ihr vielleicht auch noch, unendlich viele Lösungen. Weil wenn die eine gerade die andere ist, liegen sie ja aufeinander. Und dementsprechend ist die Lösungsmenge die Menge aller Punktemengen x, y mit der Eigenschaft. Und dann muss ich halt eine von diesen Gleichungen verwenden. y ist gleich 0,5x plus 3. Jetzt wissen wir also nochmal, was passiert, wenn 3 ist gleich 4 oder 3 ist gleich 3 dran steht. Ein alter Hut ist das nämlich eigentlich. Denn nichts anderes als, es gibt eine Lösung oder keine Lösung oder unendlich viele Lösungen, ist jetzt auch mit einem Ergebnis versehen. Wenn x ist gleich 2 dran steht oder y ist gleich 3, ist klar, ich kann eine Lösung finden. Steht aber so etwas wie 2 ist gleich 5 oder 5 ist gleich 5 dran, dann wissen wir jetzt auch, wie wir das zu interpretieren haben. Und das ist auch ein Ergebnis. Tschüss!